hey leute bin mal bis sie draußen an der luft tut gut ja nein was für die figur tun sie bewegung ich habe mir heute als mal so gedanken gemacht ich war heute einkaufen und habe mir überlegt leute was nehmt ihr eigentlich so dreilagiges toilettenpapier oder vier lag ich es weich oder hart was sind so eure vorlieben also ich nehme dreilagig schön weich na klar ja da frägt man sich halt mal nach der riesen auswahl mage nicht mage was ist so euer favorit etwas dunkel das wetter heute es nieselt so vor sich hin scheißwetter aber noch hammer winder also schreibt mir doch mal in die kommentare was ihr so für favoriten habt und ihr wisst ein däumchen mehr ein träumchen